Namaskar Halasana ist der Pflug mit Händen in Ehrerbietung. Vom Pflug ausgehend gibt die Handflächen vor Brust oder Bauch zusammen eine Stellung der Ehrerbietung oder gibt die Hände hinter die Wirbelsäule und gibt die Handflächen zum Rücken. Eine weitere Möglichkeit ist, du gibst die Beine etwas auseinander und gibst dann die Arme zwischen die Beine nach oben, Handfläche zusammen. Das sind alles Variationen von Namaskar Halasana, Ehrerbietungspflug.